Na alle zusammen, hier ist wieder Heutschiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich wieder um ein Toy, was wir aus einer Paragon-Kiste rausbekommen können. Und zwar um das Frühstücks-Buffet des Goldhauers und dieses kriegen wir aus der Paragon-Kiste der Voldunay raus. Was wir dafür genau machen müssen, will ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar, ihr müsst einmal auf einem Horden-Char die Fraktion die Voldunay auf ehrfürchtig spielen. Und sobald ihr das getan habt, müsst ihr nochmal 10.000 extra Ruhe farmen. Dann bekommt ihr eine sogenannte Paragon-Kiste und in dieser Paragon-Kiste kann mit ein wenig Glück dann dieses Toy mit rein sind. Nebenbei sind da noch ein Haufen Ressourcen drin, beziehungsweise es sind relativ viel Gold drin, so im Schnitt so 4.500. 4.500 ist ganz nett, aber wir wollen vor allem die Toys haben. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr Ruhe farmen wollt, dann macht das so wie ich das mache. Und zwar immer wenn ihr eine Emissary-Kiste habt, das sind die hier unten, also sprich eine abgesandten Quest, dann müsst ihr dementsprechend in der jeweiligen Zone und in dem Fall ist es halt Voldunay. Nun, was wir brauchen, 4 Worldquests machen, für die Worldquests kriegt ihr ein bisschen Ruf, aber für die Emissary 1500 und dann geht das relativ schnell. Ich würde euch nicht empfehlen, jede Worldquest zu machen, weil das lohnt sich einfach unterm Schnitt nicht für das Zeitinvestment. Genau, jetzt schauen wir uns an, was das Toy kann. Und zwar können wir ein Buffet ausrichten und das machen wir mal. Wir stellen jetzt hier ein Buffet hin und ihr seht schon, da sind allerlei Gaben drauf. Wir können jetzt mal ein bisschen näher hinfahren und wir können dann nämlich auch von essen. Also wir können da draufklicken wie ein Festmahl, aber das, was wir als Buff bekommen, naja, ist nicht so toll. Wir haben jetzt halt dieses berühmte Festmahl des Goldtowers gegessen und damit kann der Tag gut losgehen. Ist ein Frühstücksbuffet, ja, aber ihr kriegt keinen wirklich positiven Buff davon, heißt, ihr kriegt keine Stats oder irgendwas, ne. Das könnt ihr vielleicht auch im Raid placen als Fake-Feast, um Leute zu verwirren, aber mehr ist es auch nicht, ja. Was es aber ist, ist es wieder ein Toy mehr, falls ihr noch am Achievement farmt für, ich glaube, 300 Toys. Da gibt es nämlich ein schickes Mount für, hatte ich auch schon ein Video gemacht. Ja, und damit wär's das schon mit dem Video. Es gibt noch ein weiteres Toy aus den Woldunai-Vorräten, das ich noch nicht hab. Und zwar haben wir dieses schicke, die Jukebox. Und ja, da werde ich dann auch wieder ein Video machen, sobald ich's hab, was das schicke Ding hier kann. Wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich das Lack hab. Ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, dann. Ja.